Ja hallo, in dem Video will ich euch zeigen, wie ihr Programme, die ihr auf dem Desktop habt, ganz einfach mit Shortcuts, also das heißt einer Tastenkombination oder Tastenkürzeln starten könnt. Als Beispiel habe ich mir jetzt einfach mal zwei Programme hier auf dem Desktop gelegt, die ich auf Tastenkombinationen zum Starten umstellen will. Hier klicke ich dann das Programm an, rechtsklick dann auf Eigenschaften und dann seht ihr hier beim Reiter Verknüpfung das Feldtastenkombinationen. Da klicke ich einfach rein und drücke jetzt eine Tastenkombination, also zum Beispiel STRG F1. Steht jetzt hier drin, dann gehe ich hier auf Übernehmen und OK. Dann bei meinem zweiten Beispielprogramm auch wieder Rechtsklick, Eigenschaften, Verknüpfung, Tastenkombinationen reinklicken. Hier mache ich jetzt STRG F2. Gehe ich wieder auf Übernehmen und OK. So könnte ich jetzt, ich drücke jetzt einfach mal STRG F1 und schon startet das erste Programm, STRG F2, schon startet das zweite Programm. Ich finde diesen Tipp recht praktisch, weil ich auch mit vielen unterschiedlichen Programmen, teilweise 5, 6 Programmen gleichzeitig arbeiten muss im Webdesign. Und wenn ich mir die hier einfach auf Shortcuts lege, dann geht es wesentlich schneller, die alle hintereinander zu starten, als mit Doppelklicks. Ich hoffe, der Trick gefällt euch auch gut und ihr könnt den anwenden. Damit bin ich am Ende und hoffe, es macht euch Spaß. Tschüss!